Das DXN-Geschäft Wenn Sie mehr verdienen wollen, suchen Sie nach einer guten Geschäftsmöglichkeit. Wenn Sie ein Unternehmen ohne Startkapital gründen wollen und eine krisensichere Branche suchen, entscheiden Sie sich für Network Marketing. Wenn Sie etwas machen wollen, das sehr gefragt ist, ist Fitness-Wellness der beste Trend. Wenn es Ihnen wichtig ist, dass das Unternehmen zuverlässig ist, bei dem Sie langfristig planen können, dann ist DXN eine gute Wahl, dessen Name auch Ehre und Anständigkeit bedeutet. Bewahren Sie sich vor Start-ups, die das Gelbe von Eifer sprechen, denn 80% von Ihnen gehen innerhalb von 2-3 Jahren in die Pleite, weil Sie einen schlecht ausgearbeiteten Marketingplan oder gierige Führungskräfte haben. Das brauchen Sie bei DXN nicht zu befürchten. Das Unternehmen ist seit 1993 im Geschäft und hat seinen Jahresumsatz stetig gesteigert. Sie können Teil dieser Erfolgsgeschichte sein, denn die Anfrage ist da und der Markt ist offen. Ach ja, Sie werden auch noch einen guten Sponsor brauchen. Schreiben Sie mir eine Nachricht und lassen wir uns miteinander reden. Schreiben Sie mir eine Nachricht und meine Nachricht. Schreiben Sie mir eine Nachricht und darin. Untertitelung des ZDF, 2020